hey leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen folge hyvesg hier auf dem hyveserver natürlich und mit dabei ist heute mal der crafting lion hd und ja wir spielen hier auf der map isla de rosa ja mal gucken was wir bekommen können am anfang ich hoffe mal ich bekomme sofort ein schwert mal sehen und wir laufen ja dann direkt hinter ja machen wir ja ich hole mir die kiste rechts ja ich links die stein schwert ich kann es interessieren ich habe auch ein schwert ja lass kurz ein paar killen aber lieber jetzt wegrennen kommen lieber weg ich habe auch guten stuff bekommen also dass wir beide schwert haben ja das hier langweil links ist schon jemand das erst ein bisschen weg oder ja ich habe es gut dass wir beide ein schwert haben holzschwert erst mal nur okay okay ich weiß nicht genau wo wir am besten lang gehen sollen aber ich finde das hier rechts lang oder ich habe da vorne am wasser gehe ich manchmal hoch aber hier können wir bestimmt leute töten gegen die meisten hier ist das ist ein brustpanzer ich werde sterben ist jemand wo bist du wo bist du er mich renn gerade wieder zurück da wo wir eben waren okay ich sehe es ist ja ich weiß gar nicht da das immer noch hinter mir ersten 633 hat er achtung ok ok das war schon ein bisschen typisch der kampf aber von hinten habe ich gar nicht gesehen aber okay hier ein brustpanzer für dich okay so kommen wir mal weiteres hier looten können noch da oben ja hier ist ja ich weiß gar nicht ob der immer noch hier ist irgendwo war hier mal einer ja ich habe eine hose für dich ich habe schon eine also ich habe hier eine kettenhose gut okay unser staff ist eigentlich jetzt ganz okay denke ich mal für den anfang ich denke mal das geht okay hier ist noch eine kiste und hut jeder hut okay so würde ich auch sagen ich hätte da sind auch leute aber gucken okay wir brauchen für dich noch ein bisschen besser das sind zwei stück okay was haben die für starke der eines im wasser und einer hat deinen ketten an der stelle das auf den gehen ja lass ihn ins wasser können wir ja auch pusten da haben halt dann die kombo wo die ist auch gerade hier oder ich wollte ich ja auch hier vorne ist noch jemand das brust ich kann ich kann nicht wirklich helfen weil ich im wasser bin ach so man das ist jetzt echt ein bisschen kacke hast du angel oder irgendetwas wo du den zurückpusten kannst ich habe ihn aber gekillt ok ok ich habe es überlebt also ich komme jetzt gleich wieder zu dir ich habe den anderen ist okay wir haben gut rasiert bis jetzt schon eine gute runde dann kannst du mich eventuell rauspusten irgendwie ja dahinter liegt und ich bin auch eingefallen okay warte ich gibt erst ein bisschen stuff sie nimmt es okay wir müssen jetzt hier raus kann ich habe auch sieben pfeile also das schon mal gut hast du eigentlich eisen hast du ein eisen schade okay hast du nicht habe ich dir nicht mit einem helm gegeben hast du okay gut bei oben liegt noch ein bogen für dich hast du pfeil eigentlich oder nee aber liegen welche hinten ja okay hast du einen bogen dann nehmen wir den da oben dann kannst du auch ein paar pfeile und bogen haben hier können wir schon mal raus okay so das leben auch eigentlich relativ viele leute noch also haben wir noch viel zum töten kommt mir bekannt vor der name ja okay hier ist ein bogen wo bist du da hinten oder ich bin benehmen dir ich habe dir gerade einen bogen ins wasser geworfen ok so wo wollen wir am besten hingehen ich weiß nicht also ich wollte das schiff da hinten ist da sind zwei nur und er hat eine eisenbrust alles rauf gehen oder also ich will diese legend lackiert auf nicht mehr pvps gehen also Leute ich hab die ganze sehen die sind auch welche das nur ok haben zwei jetzt gegeben hier ist dieser andere legend typ hast du den anderen ja genau den ok na dann kann ich baust wenn man ein bisschen ich treffe ja nicht mal war gut die team nicht also ganz am schlüssel ich habe ihn massen kuglerei tagsgelord lieber ein bisschen weg genau wie soll ich die burschen ja hast du auch pfeile ich habe keine feine von hier komponieren ich habe sechs herzen ich habe keine angeleiter ja ok lass auf ihn ich kann auch mal raus werden ok der ist fast tot alter 290 punkte der typ eben gedroppt nicht schlecht hat er sich ausgenockt ok dass die sachen ok läuft bei dem alter wir haben echt bis jetzt übelst viele kids gemacht denn es noch eine warum sind hier alle auf einem fleck was ist hier los schwerer wird nur noch mal am ende gegen dich zu kämpfen mal gucken ok naja mal gucken wenn du feil hast ist schon gefährlich dann ok gut du hast guten staff session ich habe ich habe auch schon eins und ich habe sieben rüstungsbalken hast du eine ange habe ich auch für mich eine nein so jetzt brauchen wir noch ist noch zwei leute töten und dann beginnt das deathmatch da ist dahinten ist schon einer ok die besser ja es war nicht oder man schaut wie auch immer auch nicht okay abend ist noch eine angel für dich hier oben ich wirf dir mal meine runter ich bin jetzt wohl iron war es doch nicht okay dachte ich hast du feile eigentlich noch ja drei stück hier da unten liegt noch starfall den brauche ich nicht okay also muss ich hier mal ein bisschen eine angel hast du jetzt oder danke hast du eine ange habe ich ja ja ok dann kraft ich mir mal schnell eisenschwert wir haben auch diesen voll die gut ausgerüstet ich habe sieben rüstungsbalken du sieben halb ich bin dann voll idiot weil das ist keine eisenbruchsparte sondern die lederjacke eine weiße im ernst ja auch mal hier ich dachte das wäre verdammte leo der blitzmärker da hinten ist auch gut okay das sind auch gut junge ja bei diesem moment schon die eine scheibe da wartet wohl dass jetzt die anderen kommen soll ich mal andersrum rum gehen ich gehe von der anderen seite ich weiß nicht ich halte vielleicht auch nach links dann auch einer ist gestorben ja warte mal im deathmatch alle ist gut es lebt noch kein team mehr also müssten wir eigentlich gewinnen ja vielleicht würde ich auch dann random teams machen aber der hatte der guten stuff gehabt ich glaube nicht oder ja also es ging denke ich bin voll schlecht daran also dürften wir gewinnen mal gucken ja gut wir können auch am ende fair machen mit fern sachen aber wir haben jetzt eigentlich alles gleich gut ergriffen ja okay mal gucken ich habe sieben stimmt da müssten wir beide nur halt steinschwert machen wir könnten auch mit vier pfeilen oder so wie viel pfeil hast du ich habe drei ich habe vier dann könnten wir auch mit fair jeder zwei pfeile und die wollen team jetzt mal gucken ich will es noch mal ein bisschen sparen mit dem deathmatch okay ich halte nein ach so du hast es geschrieben ich weiß nicht was der eine für den stuff hat ähm was hat der eine da also der eine ist fast voll es ist quasi voll ketten aber die haben gar keine chance okay schaffst du den ja auch alleine oder ich gehe mal da hinten den obwohl der hat eigentlich ganz okay einen stuff wo ist der ich bin gerade in der mitte Leute die zerhinten mich von beiden seiten die kämpfen warte ich habe den einen zweimal getroffen mit dem bogen nice warte mal ich habe die übsten fbs drops hier ich weiß nicht okay zweimal habe ich getroffen ich bin auf sechs herzen also wenn er hat die dann auch nochmal bekommen und der will abstauben ja das war so klar ja aber die übste combo ja das ist auch nice okay gut war schon mal eine gute runde jetzt sind nur noch wir gegeneinander okay okay warte dann wir machen den eisen ja 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 mit was machen wir ich würde sagen steinschwert und angel oder okay ohne ohne vollzeug und ja lasst alles weg machen den rest okay ja mal gucken wie es jetzt ausgehen wird leute ich muss noch kurz regnen vielleicht glaube ich jetzt verkacken ja gut den aufnahmen bei euch nicht so viel fps aber mal gucken ohne den bogen bin ich jetzt am arsch mit bogen da hätte ich gar keine chance also ich könnte es nur noch 1 ja okay bist du bereit ja ich bin bereit dann viel glück ja mal gucken leute mal gucken wie es jetzt ausgehen wird wahrscheinlich wird es nicht wieder kommen oh ja ich werde sterben oder vielleicht noch nicht oder vielleicht noch nicht oh das war nochmal oh das wird echt eng oh gott zwei herzen gg aber war auf jeden fall trotzdem eine coole runde ich hatte leider ein paar kleine legs aber es ging schon und ja dann schaut auf jeden fall beim crafting line auch vorbei ist in der beschreibung verlinkt und ja dann bis zum nächsten video leute ciao ciao